ja moin moin leute neues von der leiharbeit ja ich bin jetzt seit einem monat wieder einsatzfrei und ja hatte in diesem monat zwei arbeitseinsätze aber ich bekam immer nur meine 9,50 euro also witzlos ganze ganz einfach nur witzlos und naja das war das eine war irgendwie in der biogasanlage irgend so einen komischen wärmetauscher reinigen mit so einem kundendienstmitarbeiter auch das war ganz nett also da über den einsatz da will ich mich auch gar nicht beschweren das war echt gut wir haben noch gut mittagessen gehabt und naja der zweite einsatz der war ein bisschen heftiger da sollte ich dann als fenstermonteur arbeiten für 9,50 euro wohlgemerkt eine facharbeitertätigkeit und ja dann komme ich dahin und dann hat mich jemand gefragt ob ich schon mal fenster eingebaut hätte ich sage vor 35 jahren hallo ja also für 9,50 euro baue ich keine fenster ein tut mir leid ja der arbeitseinsatz der ging dann auch nur zwei tage sollte ursprünglich eine woche gehen aber da ich ja nur erst ich sag mal so vor 35 jahren fenster eingebaut habe war das eben nichts naja ist auch egal so jetzt am montag abend rief ja gestern ja rief die leiharbeiterfirma bei mir an und da meinte die frau die gute frau ja kommst du morgen in arbeitsklamotten hierher ich sage noch zu meiner frau da ist bestimmt irgendwelche gartenarbeiten oder sonst irgendwas ja mit arbeitsklamotten in mein auto ist nicht also habe ich klamotten eingepackt und bin dahin gefahren und es war so da hat man von mir als 56 jähriger musste ich dann eine böschung behen mit so mit so einem hier wie heißt das ding motorsensor oder was das da war ich habe so ein ding nie in der hand gehabt ich habe rückenschmerzen ohne ende ja so die mitarbeiter auch nicht gerade sehr freundlich da kannst du vergessen nur hatte ich am wochenende auch mein geld gekriegt freitag also meinen lohn ja 1100 euro sag ich nur wie will ein normaler mensch mit 1100 euro rumkommen das ist ja absolut unter aller sau ja so nun kam heute mit der post meine abrechnung und und da haben die mir wieder überstunden urlaub abgezogen ich bin erst eben um fünf uhr nach hause gekommen und habe die abrechnung gesehen habe da auch gleich angerufen und da hatte ich dann irgend so was weiß ich so eine schwuchtel am telefon und der meinte dann ja das ist mit der absprache von blauer frau bla 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 so gekommen und so ich sage das ist mir doch scheißegal laut paragraf 615 ist das nicht erlaubt und ich will meine stunden wieder haben ja sie sind ja morgen auch wieder bei uns im einsatz hieß es dann und da können wir ja drüber reden ich sage sie können gerne drüber reden ich brauchte nicht drüber reden ich will meine stunden zurück ansonsten gehen wir vor gericht ist überhaupt kein thema und ich werde mich noch schlau machen weil das ist auch eine straftat was sie ja begehen dass das das nennt sich dann unterschlagung und wenn das dann wirklich so ist da werde ich den auch noch eine anzeige wegen unterschlagung reinhaken rein drücken ich bin ja jetzt mal auf morgen gespannt und ihr seid bestimmt auch okay das war es dann erst mal für heute ich wünsche euch was bis dahin tschüss